Also das ist das Älterhaus. Das ist jetzt im Besitz 100 Jahre. Das hat mein Urgroßvater mitterlicher Zeit erworben. 1117, ziemlich im Ersten Weltkrieg. Aber jetzt ist ja schon viel herum gebaut gehen. Und es schaut nicht mehr so aus wie es war. Das war ein kleines Haus gewesen. Und den Leuten, was das vorher gehört hat, das war die Familie Keller, die waren in Amerika, haben Geld verdient. Und wie sie zurückkommen sind, und da hat sie das so verkauft und mein Urgroßvater das gekauft. Der hat acht Kinder gekauft. Da waren sieben Mädchen und ein Buch gewesen. Das war der Otto Kloss, haben sie ihn genannt, in Billett. Ist schon als kleines Kind ohne Älter geblieben. Und jetzt haben wir das 100 Jahre im Besitz. Viele Rum gebaut gehen, viele Reben angelegt gehen. Vor zwei, drei Jahren habe ich die Christproduktion gehabt an Trauben. Das waren 700 Kilo Trauben und 500 Liter Wein. So haben wir unsere Terrasse. Und jetzt haben wir unsere Terrasse. Das ist die Katia. Und jetzt haben wir unsere Terrasse. Das ist die Katia. Das war eins von der ersten Satellitantennen im Dorf. 180 Durchmesser. Das ist der Hof. Mit der Stallung, aber das nehme ich viel Viech, Schwein gehen kann. Dann haben wir Kallen, weil man alles fertig kriegt. Wir kaufst uns Kilo Weiß. Das ist der Insel Stall. Ich drehe jetzt ein bisschen Kärren. Das ist der Insel Stall. Das ist der Insel Stall. Das ist der Insel Stall, die Sonnenblumenkärren und Frucht. Da habe ich mein Schluckchen hier hingemalscht. Das sind in Deutschland die Mirabellen. 300 Liter. Die kommen bald zum Brennen. Das ist der Mischtaufel, das ist der Hasen Stall, aber das sind keine Hasen mehr. Der ist jetzt leer. Das ist mein alter Schnapskessel aus Inox. Brunier. Und da haben wir noch eine Fassapelkuse. Das ist der Mischtaufelkuse. Das ist der Mischtaufelkuse. Das ist meine Werkstatt. Alles mögliche was man an handwerklichen Sachen braucht. So. Von Schraubstock bis Schleifapparat bis der Schroder. Hohelbank. Katzenhaus. Schweißapparat. Bohrmaschinen. Handkreise. Winkelschleifen. Winkelschleifen. Groß und klein. Die kleine Wärmzeige. Kreise vor Holzschneiden. Alles was man so in der Wirtschaft braucht. Werkstatt. In dem anderen Lokal war mein Vater seine Schusterwerkstatt. Aber leider ist er nicht mehr. To ist die andere Maische. Da sind Süßäppel. Die kommen oben rein. Du hast noch mein Vater seine Schustermaschine. Du hast noch meine Werkstatt. Da hat er sich immer wohl gefühlt. Werbzeit ist fast schon alles verkauft gehen, weil ich habe kein Interesse gehabt an Schusterei. Die einzige paar Leiste sind noch geblieben als Andenken und der Stiefelknecht. Und da hat er immer seinen Ruhstuhl drauf gehalten. Geht man in den Garten. Das Jahr ist eine große Trunkenheit, da sind die Erdbeeren, fast alles kaputt. Und man kann nicht alles netzen, weil sonst geht es stromrechnen ohne ihn. Aber im Herbst, wenn die Ränen kommen, wird da schon mal alles gehen. Alles ist voll. Obstbeam, überall sind alle betoniert, dass man in die Schlappe kann. Gehen. Auch wenn Dreck ist. Die Kronbeeren sind abwaltfertig. Die Hitspaste ist fertig. Paprika ist schön, aber nur für Hausgebrauch. So was man braucht zur Kocherei und zum Essen. Die Parteien kommen auch bald dran, morgen, 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 zum Inkochen. Das gehen die hingekochten Parteien in die Flasche. Die Quertsche sind auch schon breitseitig. Amel, die Quertsche sind auch schon breitseitig. Amel, ist fast alles rot. Das muss runter. Gehitzt, macht alles fertig. Die Traufe gehen auch so langsam zeitig. Die Traufe gehen auch so langsam zeitig. Weil nicht viel geräumt hat und so, sind sie ein, zwei mal gespritzt und das hat gereicht. So, das Jahr waren viele Kärsche gewesen, aber die Sprewe, die fressen sie fast alle. Weil man nicht auf der Hut ist, die machen sie fertig. Bieren gehen auch genug. Das ist schon eine Bierenbombe, die ist schon über 40 Jahre alt. Oder über 40. Der ist ja jedes Jahr voll. Das sind Herbstbieren, vor allem ja. Aber gut. Und wenn man sie weglädt vor dem Winter, kann man den ganzen Winter davon essen. Tatschebombe, Kitabombe. Das ist eines der ältesten Bäme im Garten, das ist Abrekose. Der hat so viel Garten wie noch nie. Ich meine drei Kärn voll. Da haben wir ein kleines Glashaus, aber das ist nur für Pflanzen machen. Im Herbst kommt immer Salat nennen, den Kopfsalat. Vor über Winter und jetzt ist ziemlich nichts drin. Jetzt ist die große Hitze, das ist aus. Die Zwiebeln sind schon ausgemacht, der Knobel auch. Die rote Krummbeere auch. Die Süße Äpfel sind auch weg. Ja, das sind gute Patsche. Die sind aber noch nicht reif. Kulraven, Grinzeich, Gellrewe, rote Rewe, so was man schon alles braucht. Es geht nicht mehr so viel angebaut, wir kriegen fast alles fertig. Von allem ein bisserl. Jetzt kam ein Niver. Jetzt kam ein Niver. Da haben wir unser Brennholz für den Winter drin. So kann schon das Wetter kommen, ist schon alles geschnitten, gekackt. Vorbereit für den Winter. Im Sommer muss man sich vorsorgen. So ist noch ein altes Kesselhaus. Aber jetzt ist die Tischdrufe gemacht, da haben wir alle Hand keine Absteller. 1.995 Euro. Jetzt habe ich noch ein paar Haus dazu gekauft. Wie alle Leute schon fast ausgewandert waren, habe ich noch ein Haus gekauft. Damals habe ich gesagt, der Mann kann doch nicht normal sein. Der geht noch ein Haus kaufen, weil alle fortgehen. Das war ja eine alte Rappler vom Haus gewähnt. Das hat durch den Dach geredet. Ich habe ihn ja billig gekauft. Damals habe ich 8.000 Mark davor gekauft. Das waren jetzt 4.000 Euro. Da kriegt man in Deutschland immer ein Hundeshaus um das Geld. Aber es ist viel gearbeitet, viel nicht gestoppt. Hundert und tausende Arbeitsstunden. Aber es ist wohnbar. Es war nichts weiter wie das alte Haus. Es ist ein riesen Abhänger dazu gebaut. Ein langer Hambach, wo Waggon und Kugelsnigen gehen. Es ist immer noch was angebaut. Ein Traktor habe ich mir gebraucht. Der hat noch Herzbrücker Kennzeichen. Der ist vom Habburger Stausee, stammt der Herr. Dieser alte Deutz, ein Luftgekehlter. Der geht wie eins. Der Todesjahr hat die drei Däcke weg. Und wir kriegen die Kugelschnitt los. Da haben wir schon Frucht gekriegt. Wir haben unser Feld verpackt. Da kriegen wir pro Hektar 1.200 Kilo in die Kerre. Oder in Geld, was der Wert ist. Gister war. Der Bächter kam und hat uns schon das Geld gebracht. Aber es geht nicht viel gezahlt. 63 Pfanne pro Kilo. Und bei 11 Hektar ist doch was zusammengekommen. Der Bächter ist so zwischen 60 und 70 Pfanne. Da haben wir einen Schirm. Wann was gefeiert geht, kann man sich drunter setzen. Das ist ein Geschenk von meinem Cousin aus dem Hilton. Wie das gebaut ist, kennt der Abhänger, war das Gericht gewesen von Schweinstell. Da sind noch Boxen gemauert, gehen los und umgebaut, gehen von Ingelstall. Da sind die Ingele, die jungen Ingele drin. Mit dem Flug, diese großen. Da war einstmal Gänse drin gewesen. Jetzt haben wir die Gänse nicht mehr auf die Kasse gelassen. Und da ist kein Wasser mehr, kein Lacken mehr. Und im Hofgänse hatte das nichts ohne Wasser. Das war ein Schwein gemäht. Und so haben wir unser Brennholz. Und im Winter. Da habe ich einen Backofen gemauert. So kann man Brot drin backen. Kann man eine Pizza machen. Kann man Sponferde drin tun. Oder ein Gandauser Brot. Und ein Kesselhaus. Wenn Schweinsschlag geht. Oder gucken wir uns kochen. Das war einst mal der Stall gewesen. Da hat es nicht gestanden. Jetzt ist es der Sommerkicht rausgehend. Abstellraum oder Speis. Der Aufgang zum Dachboden. Den brauchen wir fast jetzt nicht mehr. Da kommt kein Sekt mehr drauf. Da verholt jetzt sogar eine Maus da oben. Das war ein Gepäntnis von der IS-Zimmer. Wenn Kerst kommt. Meist geht das benutzt von Kerst. Wenn Kerst aus Deutschland kommt. Dann kommt nicht um alles zu früh stecken. Und viele sich zu hohl verwehren. Das ist die Wendekiefe. Das ist das Badezimmer. Und hier haben wir den Keller. Wenn im Sommer heiß ist. Und es ist ein Gäst. Und jetzt fähre ich sie da runter. Und kann ihr Bier im Kiel trinken. Ohne Tisch und Stuhl kann man sich setzen. Ohne Tisch. Hier ist mein Clubhaus. was die Pforte war. So machen wir Licht. So ist mein Revier, ich habe jetzt schlafen, Fernsehen geschaut. Das ist das Mittelste, sehen wir wo. Wann gehst du kommen, geht das noch benutzt. So ist alles leer, aber in geriebt. Und das ist die gute Stube. Das Wort früher hat man das Vorderstimmer an der Kasse die gute Stube genannt. Das ist das einzige Zimmer, wo noch nicht renoviert geht, aber das kommt auch mal an die Reihe. So vorher ist eine Renovierung, das Badezimmer. Ich mache es schon auf, aber das steht alles am Kopf, weil ich dort vorher gerne renoviert habe. Wenn die Gäste gekommen sind, hier sind die Gäste gekommen sind, die waren zu schmal geworden. Und wo der ist das breiter gemacht können und es angebaut gehen und jetzt ist es fast doppelt breit. Hat auch noch ein bisschen Geld gekostet, aber das ist alles wie es soll sein. Die kommt ja jede Woche, jeden Montag, kommt immer vom Kaufland Reklame und vom Dettemann und vom Hartenbach. Das sind die meisten Reklame immer bekommen. Im Garten geht nichts mehr angebaut, das Klee und Abblähen. Die Quetsche sind immer noch zeitig, die Biere. Die Gläse sind auch schon kaputt gegangen auf der Zeit, ist noch einmal Gras nachgekommen, alles vertrockelt. Die Brunierbeben sind zusammengebrochen, sind mir die Näste gebrochen, war es zu schwer gewesen. So ist mein Apelbaum kaputt gegangen, der ist trocken, muss ausgemacht gehen. Kommt schon noch anderen hoch. Das tut das in eine coole Moin-Tasche, aber die Streber fressen sie bevor sie zeitlich sind. ann Abbrauch. Bei mir können jedes Jahr die Agazza-Bäume auf den Gas geschnürt, dass sie nicht so in die Hochspannung kommen, weil im Sommer kommen nur die Elektriker und alles was in die Trote kommt, machen sie weg und das will ich nicht so, mache ich das im Winter oder im Frühjahr und die können jedes Jahr immer gestützt und das können schon die Parteispel. Schau mal, da ist auch mal eine abgedruckte Form von der Trockenheit. So kann man nicht so wie man will, das hält nicht. So, die Gas ist breit, da habe ich drei Reihe B und da kann man sich der Wammermite hinsetzen und sich ausruhen. Wenn einer langscht geht, kann er Wassertränke werden, im Sommer heiß ist und er hat Dorscht. Achtunneinzig jetzt, nenn ich, wo er das gewählt hat. Jo, ist ein neuer Dachdruck gekommen, ist neu verputzt gegangen und wohnbar gemacht. Ziemlich ein Jahr halte ich Europa vorne und ist noch kaputt, weil er freist immer vom Wind, aber meine Tochter, die tut mir immer eine neue besorgen. Ich bestelle die im Internet so, dass man zwar durchgehen kann von einem Haus in der anderen, dort in die Werkstatt und da in das Vorhaus. Das ist auch viel gebaut, das ist umgebaut in den 77ern, das ist schon lange her. Vorderste Eingang, die geht fast nie benutzt. Das ist die Vorderste Kich, die ist benutzt bis zur Auswanderung. 15 Jahre lang, die ich benutze gern, nicht von 77 bis 89. Da ist ein Badezimmer da vorne. Das ist unser Speis von Tuch. Alles mögliche, was man braucht. Ein Vorrat. So ist schon eingeladen ab. Von Kärsche anfang, bis Sauerkärsche. Die ist aber gut eingeladen. Hier haben wir den Keller. Und in diesem Haus. Jetzt ist nicht mehr viel Wein. Die Weinfresser wurden also in der Reihe gewähren. Aber Schnaps ist noch genug. Krautfass. Das ist ein Glas Hebert. Der hat man früher mal benutzt vor Wein auf Araki. Aus dem Fass ziehe. Ein Glas. Da haben wir gewohnt. Das ist eine Auswanderung, weil meine Tochter jetzt kommt. Die schlucht immer da. Und in der guten Stube. Hier geht noch ein Schluch von Kerstkuchen. In der Schluchmöbel ist noch nicht zehnmal geschlucht gern. Das sollte ich doch stehen. Und so ist meine Mutter hier im Zimmer. Wie geht es um ein Fatt zu schauen. Hier geht es um ein Fattisch aus. Und hier geht es um eine Fattisch-Hour. Hier geht es um ein Fattisch-Hour. Vielen Dank.